Musik Uns erreichen weitere Neuigkeiten zum Skandal rund um die Minengesellschaft Hyphen, der die Kleinstadt Hayden Springs erschüttert und deren Ratsversammlung gerade Schauplatz einer schockierenden Enthüllung war. Barbesitzer und Ratsvorstand Jet Lucan gestand in Anwesenden unter Tränen, dass er vor zwölf Jahren bei Typhon an der Vertuschung von sieben Todesfällen beteiligt war. Bei einer unzulässigen Sprengung im vergangenen Monat, die dazu diente, weitere Inspektionen zu verhindern, sollte zudem der tragische Tod von Gabe Chan vertuscht werden. Mr. Lucan wartet in Polizeigewahrsam auf seine Anklage. Wir haben noch mehr über die Ereignisse zu berichten, wie etwa über den Rücktritt von Typhons CEO, mögliche Auswirkungen auf den Markt und auf ihre Pendelzeiten. Haben wir es geschafft? Ja, die Stille ist schlimmer. Ich brauche etwas Luft. Ja, definitiv. Das scheint so, als ob wirklich... Also, Jet, seht ihr, was ich meinte? Es ist wirklich besser, dass wir es so gesagt haben. Ist das clever? Ja, okay! Statt durch die dauerhafte Unterstützung sonst wohin. Okay, jetzt gehen wir nur in die Nachrichten von vorhin noch, die wir ja nicht erhalten hatten. Ich wollte hochgehen! Okay, komm, ich wette, Jet! Oder? Ich wette. Hey, Steph. Alex, warte. Bevor du etwas sagst, hör mir bitte erst zu. Was ist denn jetzt schon wieder... Kann ich mal Ruhe sein? Oh. Was du getan hast auf der Ratsversammlung? So was Mutiges habe ich noch nie gesehen. Deshalb will ich auch so mutig sein. Also, hör mir zu. Ich will mit dir zusammen sein. Oh mein Gott. Ich meine, ich scheiße auf meine Musik und die Weltreise. Also eigentlich nicht, aber ich will es nur mit dir. Das ist voll süß. Und wenn du lieber hierbleiben möchtest, dann... Küssen! Kü... Oh. Scheiß drauf. Dann bleibe ich auch hier. Das war unglaublich. Es ist noch nie eine Person reingestürmt, um mir zu sagen, dass sie mit mir zusammen sein will. Ja? Wie ist das so? Das ist Hammer. Äh? Hallo? Wo ist der Kuss? Wo... Ist auch okay. Das ist akzeptabel. Du... Bringst mich echt durcheinander. Ist echt so. Gut. Das war der Plan. Du weißt ja, wo ich bin. Viel Glück, Chen. Danke, Steph. Ich komm gleich. Ich hoffe es. Was passiert jetzt noch? Das ist jetzt nicht das Ende. Sehr gut. Ich wollte gerade schon sagen. Es soll nicht enden. Bitte nicht. Bitte. Wir genießen es. Okay. Sag's mir einfach. Hä? Was? Ich wusste es. Meine Zukunft. Was ich tun soll. Am Abend des Frühlingsfests wollte Steph unbedingt, dass ich mit ihr weggehe. Wir überall Gigs spielen. Die Aufregung des Unbekannten. Naja. Das war bevor dieser ganze Scheiß passiert ist. Komm schon. Du weißt doch immer alles. Also sag's mir. Naja, ich weiß, was du tun musst. Du solltest in Haven bleiben. Echt? Glaubst du das wirklich? Natürlich. Du hast endlich ein Zuhause, einen Job und trotz der Sache bei der Abstimmung Leute, denen du etwas bedeutest. Das stimmt. Warum alles aufgeben? Ja, stimmt. Das stimmt. Aber naja, vielleicht wäre es doch besser zu gehen. Was? Was? Hey, das habe ich gesagt. Du bist jung, hast plötzlich etwas Geld, Freunde. Meinst du nicht, es ist Zeit, die Musiksache zu versuchen? Du solltest auf jeden Fall gehen. Ach, halt den Mund. Komm, hör auf, Gabe. Na, es wäre schon... Ich kann den geheimnisvollen Geistscheiß gerade nicht gebrauchen. Geistscheiß. Ich brauche nur... Ich brauche nur... Ich brauche nur meinen großen Bruder. Tut mir leid. Schon gut. Wie wär's damit? In so circa drei Stunden fährt ein Bus ab. Du bist nicht im Bus und Steph auch nicht. Das Leben geht weiter. Wie schön. Du bekommst einen Job im Plattenladen und arbeitest mit Steph. Wie schön das ist. All die Jahre als Musiksnob zahlen sich endlich aus. Die Zeit vergeht und hinterlässt ihre Spuren. Ist das cool. Oha. Alter. Wie geil gemacht. Mein Gott. Ich geh Gänsehaut pur gerade. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt. Die Wohnung fühlt sich langsam nicht mehr wie ein Museum an, sondern wie ein Zuhause. Und wie traurig das doch ist, wenn es Gabe auch erzählt. Und wie ein Schrein wie von der Mutter. Die Details. Ihr müsst drauf achten. Gedanken an Jed, Typhon und sogar an mich verblassen langsam. Ich weiß nicht, wo ich ihr euch überlebt. Ich weiß nicht, dass ihr euch überlebtet. Ich weiß nicht, dass ihr euch überlebt habt. Ich weiß, Das Dach ist deine Bühne und jede Woche bejubelt dich eine kleine Gruppe treuer Fans. Während du spielst, fragst du dich vielleicht, was hätte sein können, Auftritte in größeren Städten zu spielen, deine Musik mit der Welt zu teilen. Oder vielleicht denkst du auch nicht viel darüber nach. Du weißt nicht genau, wann es passiert, aber eines Tages siehst du dich um und erkennst, dass du diesen Ort so sehr verändert hast, wie er dich verändert hat. Und das Außergewöhnlichste ist, wie normal es sich anfühlt. Du hinterfragst es nicht, du zweifelst nicht oder fragst dich, was hätte sein können. Es ist dein Leben, das Leben, für das du so sehr gekämpft hast. Und zum ersten Mal seit langer Zeit lebst du einfach. Danke. Kein Ding, ist okay. Wow, wow! Glaubst du echt, ich werde Haven verändern? Alter, leck mich am Arsch! Das hast du schon. Wow! Mit deiner Gabe, deiner Musik, in dem du du bist. Aber Alex, du musst trotzdem nicht bleiben. Du kannst das überall tun, wo auch immer du bist. Was genau zu tun? Eine echte Musikerin zu werden? In einem Van leben? Jeden Tag in einer neuen Bar spielen? Deine Soundcloud füllen? Fremden deine Gefühle offenbaren? Klingt ziemlich gut, wenn du mich fragst. Die Wahrheit ist, du weißt nicht, wie deine Zukunft aussehen könnte. Doch es wird ein Abenteuer. Also, was denkst du? Ich glaube es nicht, Alter. Also, ganz kurz applaudieren für diese wundervolle Rede. Also, das war gigantisch. Ich war so emotional gerade begriffen. Kein Spaß, mein Herz, es hat geglüht. Vor, Alter, diese Worte, wie ihr geredet habt. Es war so schön, sich das anzuhören. Ich habe wirklich so mitgefühlt. Und ich hoffe, ihr auch. So. Also, bleiben wir in Haven. Das hat er jetzt gerade eben gesagt. Sehen wir ja die Abläufe, die wir eben gerade schon gesehen haben. Wo er ja alles erzählt hat. Mit Steph zusammen. Und mit allen anderen auch. Abenteuer anstreben bedeutet, Wir haben kein richtiges Fest zu Hause. Unser Zuhause ist immer da, wo wir sind. Und das vermute ich dann zusammen mit Steph. Steph ist eine Person, die liebt es zu reisen. Und ich glaube, wenn Shen, wenn Alex da auch rauskommt, mit Steph zusammen, sie wird Spaß haben. Sie wird es lieben. Und sie ist jung. Wie, wie er auch gemeint hat, wie Gabe gemeint hat. Sie ist noch jung. Sie kann ein Abenteuer bestreiten. Gemeinsam mit Steph. Kein Problem. Ist sie älter. Ist sie irgendwann älter. Viel älter. Dann kann sie zurück nach Haven. Versteht ihr, was ich vorhabe? Versteht ihr, was ich gedanklich vorhabe? Dass sie quasi jetzt ihr Abenteuer anstreben soll. Gemeinsam mit Steph. Auch wenn sie es hier gut hat in Haven. Sehr gut. Sehr schöne Natur, Landschaft. Tolle Gemeinschaft. Aber ich bin ehrlich. Wenn sie dann auch damit glücklich... Sie ist mit beiden glücklich. Letzten Endes, ihr seht's, die Farbe verändert sich auch nicht. Sie ist mit beiden glücklich. Ich würde gern beides tun. Ich würde gern beides tun. Es fällt mir gerade selbst sehr schwer. Ihr merkt es auch. Also. Ich weiß nicht vom Gefühl her, bin ich ehrlich. Ich gehe jetzt nach meinem Gefühl. Würde ich gerne... ...ein Abenteuer bestreiten mit Steph zusammen. Damit sie noch mehr von der Welt sieht. Weil jetzt all die Jahre... hat Alex kaum was gesehen von der Welt gesehen. Sie sollte es jetzt allmählich mal anfangen zu sehen. Die Zeit zu genießen. Sie braucht auch jetzt ein bisschen Zeit für sich selbst. Und auch vor allem mit Steph zusammen. Und Steph... Moment, warte mal. Sie hat das Ticket doch zerrissen, gell? Steph hat das Ticket zerrissen. Das bedeutet, sie ist auch der Meinung, sie könnte bleiben. Aber es ist ja auch scheißegal. Ohne Sieg habe noch eins. Oh, es fällt mir so schwer. Es fällt mir... Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Es fällt mir so unfassbar schwer, mich jetzt zu entscheiden, ob in Haven bleiben oder das Abenteuer zu anstreben. Weil es... Darauf setze ich wieder alles an. Und ich will dann wieder die andere Seite wissen. Und dann tue ich mir selbst so schwer, weil ich mir denke... Mein Gott! Abenteuer anstreben. Also Leute, ihr versteht es vielleicht. Ich würde auch gerne in Haven bleiben. Nicht falsch verstehen. Ich würde auch gerne ein Abenteuer anstreben. Oh! Nein, die ist doch drauf gedrückt! Alter. Ich weiß, was ich will. Ich würde beides gerne tun. Versteht ihr, was ich meine? Und da ist er weg. Denn nun ist es ihr Weg. Aber er wird immer bei ihr sein. Hallo? Hä? Was war das jetzt? Stopp! Wo ist Stef? Gott sei Dank! Heik! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sehen noch mehr! Ja! Ja! Ich bin so glücklich! Okay, komm! Alex! Die Bühne gehört dir! Hä? Was jetzt? Oh mein Gott, Leute! Das ist so geil! Oh! Äh... Ja! Warte! Wie weit... Bin ich schon zu weit? Warte! Welchen? 13.7. Oh! Äh... Ähm... 13. Oh! Herz! Herz! Und dann zeig's ihnen, Babe! Ich würd sagen, wir zeigen's ihnen, oder? Let's go! Oh! Let's go! Oh, warte! Wer kann denn die Nachrichten gucken? Geht es deiner Mutter gut? Ich mache mir Sorgen um sie. Ihr geht's gut. Ich denke, dass ich an der Reihe bin, mich um sie zu kümmern. Das ist vielleicht komisch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es wahr ist. Wesentlich weniger komisch, als du annimmst. Sie hat echt Glück, dich zu haben. Ja. Arthur, keine Ahnung, wer das ist. Wenn du erfahren hast, dass der Vater in Helles Spring gewohnt und mit Jen nur gearbeitet hat, wie... Wie hast du dich gefühlt, als du erfahren hast? Ach, ich bin bestimmt von der Presse. Ja, ja, okay. Mac? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Wirklich. Ja, Mann. Ja. Jetzt schuldest du mir einen neuen Job. Ryan. Alex, es tut mir leid. Mein Vater war ein Held. Das ist es, was jahrelang jeder sagte. Und es brauchte so viele Lügen, um das aufrechtzuerhalten. Widerliche, furchtbare Lügen. Typhon hat gelogen. Paar hat gelogen. Doch am schlimmsten, ich habe mich selbst angelogen. Selbst, als ich die Wahrheit vor Augen hatte, glaubte ich ihm statt dir. Es tut mir so leid. Und ich hoffe, dass du mir eines Tages vergeben wirst. Wir haben ihm immer noch nicht geantwortet. Ducky. Ducky. Lieber Alex, es tut mir schrecklich leid. Ich wusste nicht, was ich sonst sagen sollte. Ducky. Naja. Jet. Na da mal los. Wir rocken's. Gemeinsam, Leute. Kommt schon. Geil, Alter. Mann, ich liebe das. Kommt schon. Das ist mein Happy End. Genau das will ich sehen. Wuhu. Alex Chen. Let's go, Mann. Och, die Bilder. Wo sie schon überall war. Dieses Bild mit dem Gartenzwerg. Wo ist die Sonnenbrille? Hallo zusammen. Hallo. Ich bin Alex Chen. Ich weiß. Oh. Errungenschaft war gescheitert. Das einzige Versprechen ist Abenteuer. Und das war's mit Life is Strange True Colors. Hammergeiles Spiel. Ist das? Oh, sie singt das grad. Oh, wie schade. Wunderschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine große Freude, das zu spielen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Echt? Fuck! Stopp! Oh! 72% Korrekt Wollt ihr in Zukunft wohin gehören? Einige Stadträte haben Alex unterstützt, korrekt. Alle Stadträte haben Alex unterstützt? Wie haben die denn das hingekriegt? Oha, 4% keiner. Alter, da haben die richtig reingekackt. Oh mein Gott. Oha. Das hätte ich schon gern gesehen. Gemeinsam Steph und Alex kommen nicht zusammen. Pfff! 29%! Steph bleibt in Haven, um mit Alex zusammen zu sein. Ja, aber seht ihr? Steph bleibt in Haven. Steht ja hier nochmal. Ups. Weil, ähm, das würde dann auch theoretisch so bedeuten, es klingt ja auch schon so, bleibt in Haven. Sie wollte nicht in Haven bleiben. Sie wollte ja Reisen machen. Genau das ist das doch. Ist doch schön. Also, ich finde, ehrlich gesagt, dass es einer der besten Wege ist. Ich glaube, for real, das wäre einer der besten. Ich glaube, wir haben das Spiel so durchgespielt, wie es sein sollte. Manche Sachen haben wir natürlich jetzt nicht so erreicht, wie wir es sollten. Wenn ich mir jetzt so ein bisschen durchlese. Aber letzten Endes, muss ich trotzdem sagen, war es gut. Oh, keiner deiner Freunde hat Life is Strange 2 Colors gespielt. Scheiße. Das müssen wir bald ändern. Alle! Sofort! Das Spiel ist auf jeden Fall zu empfehlen. Es ist gigantisch. Ich verstehe auch, warum viele Leute gesagt haben, dass, ähm, es wirkt, als wäre es wie Life is Strange 1. Es ist sehr, sehr gut. Und es spielt sich sehr gut. Es ist von dem Feeling her sehr, sehr gut. Also, nur zu empfehlen. Eine 10 von 10. Also, besser geht's gar nicht. Und, äh, ich würde sogar behaupten, eine 11 von 10. Ich bin sehr großzügig, was Punkte vergeben ist. Äh, also betrifft. Aber ich muss wirklich sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe euch natürlich da draußen auch. Ich wünsche mir so sehr, dass wieder ein Teil kommt. Ich hoffe ihr auch. Life is Strange ist einfach eine sehr schöne, ein sehr schönes Spiel zu spielen. Auch rein optisch vor allem. Optisch gesehen müssen wir gar nicht drüber sprechen. Es ist eine, es ist so geil. Es ist wirklich geil. Und vor allem einfach immer die Storylines. Die sind so mitreißend, dass das einfach toll ist, das Spiel zu erleben. Mitzufühlen. Mit reingerissen zu werden. Ich will mich immer fallen lassen in das Spiel, wenn ihr versteht, was ich meine. Vor allem ganz am Anfang. Man muss sich das Gefühl einfach mal, äh, man muss es miterleben. Versteht ihr? Und ich muss euch wirklich sagen, bei einigen Punkten, vor allem am Ende, als Gabe die Rede geführt hat nochmal. Ähm, äh, fast am Ende. Ich habe so stark mitgefühlt, ich habe gefühlt, ich habe es auf mein eigenes Leben bezogen. Und das, was er da gesagt hat, war zu 100% real. Es war sehr, sehr schön, das mit anzusehen. Und ja, gemeinsam mit euch zu spielen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Genauso wie ich. Es gab Höhen und Tiefen. Aber ich denke, das ist auch vollkommen richtig so. Und am Ende ist es wichtig, dass wir genau unsere Ziele bewältigen konnten. Wir haben Gabe. Gerecht würde ich jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Gegenüber Tiefen. Sie sind nun ihrer Schuld, müssen sie nun einkommen. Und ich hoffe, dass sich jetzt alles ins Gute dreht. Und so wie das aussah, war das auch. Oh, wir brauchen die Deluxe Edition, um Stuff Story zu spielen. Sehe ich das richtig? Ah, Moment, jetzt bin ich in Spotify schon in Steam. Ja toll, das bringt mir nichts. Hier wird mir das Spiel nicht angezeigt. Perfekt. Ne, hier wird mir das Spiel nicht angezeigt. Alles klar, danke dir. Hallo? Hallo? Ich... Mann? Jetzt, okay. Also Fakt ist, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich doch gerne wissen, unten in den Kommentaren. Wenn ihr bis hierhin fertig geguckt habt, Respekt an euch. Ehre und Liebe geht raus. Und lasst doch gerne mal die Meinung da unten in den Kommentaren, wie ihr das Spiel empfunden habt. Wie war es für euch? Wie habt ihr das Spiel auch aus eurer Sicht gesehen? Konntet ihr dem Ganzen auch gut folgen? Und ich muss sagen, es war einfach schön mit anzusehen. Gemeinsam. Das ist jetzt zu erleben. Ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, Spaß. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in einem neuen Video wieder. Je nachdem, was es sein wird. Ein neues Projekt. Einiges ist noch im Anmarsch. Also seid gut gespannt drauf. Es wird wieder sehr viele Sachen geben in Zukunft. Und ich will auch mehr euch bieten. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran, dass wir gemeinsam uns hier wieder ausbreiten werden. Auf meinem Kanal. Gemeinsam mit euch. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Und bis dann. Ciao, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.